Hallo Leute, heute fangen wir an, mit euch die Präpositionen zu lernen. Ihr wisst, dass wenn ihr ein Verb habt, dann müsst ihr unbedingt den passenden Fall dazu lernen. Wenn ihr Präpositionen lernt, ist es noch einfacher, weil nach jeder Präposition ein bestimmter Fall kommt. Heute lernt ihr eure ersten acht Präpositionen. In, an, auf, unter, über, vor, hinter, neben und zwischen. Diese Präpositionen beschreiben die Relation eines Gegenstandes zu einem anderen Gegenstand. Diese Präpositionen gehen entweder mit dem Dativ oder mit dem Akkusativ. Das hängt davon ab, ob ein Gegenstand auf einem Tisch zum Beispiel steht oder ob er auf den Tisch hingelegt wird. Heute lernen wir die Präpositionen mit dem Dativ und wir fangen jetzt erstmal mit in an. Justina ist in der Kirche. Justina ist in der Kirche. Wo ist Justina? Justina ist in der Kirche. Justina ist in der Kirche. Justina ist in dem Geschäft. Justina ist in dem Geschäft. Justina ist im Geschäft. Wo ist Justina? Justina ist im Geschäft. Justina ist in einem Café. Justina ist im Café. Wo ist Justina? Justina ist in einem Café. Justina lehnt an der Säule. Justina lehnt an der Säule. Was macht Justina? Justina lehnt an der Säule. Justina steht an dem Telefon. Justina steht am Telefon. Wo steht Justina? Justina steht am Telefon. Und was macht sie da? Justina telefoniert. Justina sitzt an dem Tisch. Justina sitzt am Tisch. Wo ist Justina? Justina ist am Tisch. Justina ist in dem Schrank. Justina ist im Schrank. Wo ist Justina? Justina ist im Schrank. Justina sitzt auf dem Tisch. Wo ist Justina? Justina sitzt auf dem Tisch. Justina steht auf der Treppe. Justina steht auf der Treppe. Justina steht auf der Treppe. Justina schläft auf der Bank. Justina schläft auf der Bank. Wo schläft Justina? Justina schläft auf der Bank. Justina liegt unter dem Tisch. Wo ist Justina? Justina liegt unter dem Tisch. Justina sitzt unter dem Tisch. Wo ist Justina? Justina sitzt unter dem Tisch. Justina steht unter der Treppe. Justina steht unter der Treppe. Wo steht Justina? Justina steht über Isabelle. Wer steht über dir? Justina steht über mir. Der Korb schwebt über dem Mülleimer. Worüber schwebt der Korb? Der Korb schwebt über dem Mülleimer. Justina hängt über dem Boden. Justina hängt über dem Boden. Wo ist Justina? Justina hängt über dem Boden. Justina steht vor dem Motorrad. Wo steht Justina? Justina steht vor dem Motorrad. Justina steht vor dem Schaufenster. Justina steht vor dem Schaufenster. Wo steht Justina? Justina steht vor dem Schaufenster. Justina steht vor der Tür. Wo steht Justina? Justina steht vor der Tür. Justina steht hinter dem Schild. Wo steht Justina? Justina steht hinter dem Schild. Justina steht hinter dem Tisch. Wo steht Justina? Justina steht hinter dem Tisch. Justina versteckt sich hinter der Pflanze. Justina versteckt sich hinter der Pflanze. Wo ist Justina? Justina versteckt sich hinter der Pflanze. Justina steht zwischen den Fahrrädern. Wo steht Justina? Justina steht zwischen den Fahrrädern. Justina steht zwischen den Büschen. Justina steht zwischen den Büschen. Wo steht Justina? Justina steht zwischen den Büschen. Justina steht zwischen den Polizei-Autos. Wo steht Justina? Justina steht zwischen den Polizei-Autos. Justina steht neben dem Brunnen. Justina steht neben dem Brunnen. Wo steht Justina? Justina steht neben dem Brunnen. Justina steht neben dem Bus. Justina steht neben dem Bus. Wo steht Justina? Justina steht neben dem Bus.